Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Im letzten Parts haben wir hier endlich geschafft, das Element freizulegen und haben hier diese schöne Laterne bekommen. Und ja, jetzt müssen wir uns gegen den Octorock wehren, der das Element verschlungen hat. Und ich sammle noch fleißig vorher Herzen. So, deswegen... Ah, schönes ormes Sonnenlicht. Ja, ach, ach, blöde Krüge. So, wagen wir uns voran. Okay. Okay, da brauchen wir unser Schild. Komm, bisschen runter. Genau, so ist perfekt. Gut, wegen Winkel nahe noch ein bisschen. Wunderbar. Und nochmal. Und nochmal. Schnell wechseln. Ach, komm. Jetzt komm, lass mich doch mal ein bisschen rumschlittern hier. Geschafft. Schnell aus dem Weg. Und Lampe mal aus. Sonst verbrennen wir uns noch. Und es ist wieder normal. Und da brauchen wir wohl wieder unser Schild. Hoffe ich jedenfalls. Okay, noch Licht. Okay, er saugt immer erst an. Und dann schießt er. Sehr schön. Komm, saug an. Weck, 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 weck. So, komm. Und noch einmal. Los. Okay. Äh, super. Hier muss man schnell sein. Habt ihr ja schon vorher gesehen. Während er anzaugt und... Nein! Du bist ein Arsch. Ach, schon wieder! Kann's ja wohl echt nicht sein, dass der uns die ganze Zeit erwischt. Ach. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Also, wir brauchen wieder unser Schild. Oh Gott. Und es mit einem Herz hier noch zu schaffen. Ob das machbar ist, ist die andere Frage. Und es macht öfter solche Stein-Hagel-Attacken Oh nein Oh Gott Oh 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 Okay wir sind tot Ich zeige hier Mist Ah okay Speichern Jetzt können wir glaube ich nicht weiter Machen wir einfach weiter Als wäre nichts gewesen Let's fail with the Legend of Zelda The Minish Cup Weil der die Seelenquahl vergessen hat Das Schwert auszurüsten Und sich von Krügen treffen lässt Geht doch So ihr kommt alle her Ihr jetzt auch noch So Bringt mir doch mal ein paar Herzchen mit So Und auf zur Runde 2 Zwei 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 Machen wir wieder aus und äh, nein, 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 die erwischt uns nicht. Gut. Wir brauchen unser Schild wieder. Und jetzt zockt er erstmal wieder ein. Aber nicht mit uns. Weck hier, weck hier, weck hier, weck hier. Ups. Drecksviech. War ja klar. So, jetzt brennt's wieder. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir stehen ganz ungeschickt. Noin. So, jetzt brennt's wieder. Oh, weg hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, entschuldigung, dass ich gerade die ganze Zeit nichts geredet habe. Und zwar ist der Kampf einfach so... Ich muss mich so konzentrieren. Es macht jetzt dunkel und setzt einen Tackle ein. Super. Okay. Oh nein, überall Steine. So, wir können... ... hier mal ausweichen. Wunderbar. Okay. Jetzt haben wir es. Tut mir wirklich leid für das Schweigen. Ich werde da, glaube ich, irgendwie Musik oder so reinschneiden. Sonst wird das nichts. Natürlich keine Copyright-Musik. Ist klar. So. Okay, wir haben das Element und haben einen Herzcontainer erhalten. Sehr schön. Jetzt können wir auch gehen. Denn jetzt haben wir alles, was wir wollten. Und ab nach oben mit uns. Zum Heiliger See. Wir werden wieder groß. Brrrr. Ich dachte, mir füre die Nase zu. Ja, mein Netz ist zugefahren. Was ist das denn? Kind, Kind, dass du versuchst, Prinzessin Zelda zu retten. Mein Name ist Gustav, der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Komm hierher zu mir. Dann wird sich ein Weg öffnen. Ah. Na nun, war das ein Traum? Eine Illusion? Er sagt, er sei der König von Hyrule, aber... Oh, Link, schau mal auf die Karte. Da ist etwas markiert. Also war es doch kein Traum. Lass uns in der heiligen Städte das Element übertragen. Okay, aber zuerst zur heiligen Städte. Warum setze ich nicht gleich die Ökarine ein? Frag ich mich um das Schwert, rüsten wir auch wieder auf A aus. Bring uns nach Hyrule. Los. Ja. Gut, das sind wir auch schon. So, jetzt können wir wieder hier Gras mähen. Das wächst aber auch so schnell. Das ist unglaublich. So. So, okay. Wir gehen wieder auf zu Tingle. Ich habe meinen Brüdern auch ein Puff-Klux-Fragmanic gegeben. Bla, bla, bla. So, weiter geht's. Wir müssen nach Hyrule. Oh, 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 nein, du kommst nicht her. Wir haben wenigstens jetzt wieder volle Leben. Okay, und die Wachen sind immer noch da. Und der will Glücksfragmane verteilen. Sehr schön, haben wir. Perfekt. Perfekt. Machen wir doch gleich. Ich möchte den Menschen noch nützlicher sein. Ja, ich werde Magnus bitten, ein Buch zu schreiben, damit wir stärker werden und die Ungeheuer besiegen können. Ich werde noch mehr arbeiten müssen. Walfried wird mir helfen müssen. Magnus soll ein Buch schreiben. So, so. Das passt. Jetzt macht mir die Arbeit noch mehr Spaß. Ich habe viel zu tun. Keine Fragmende mehr. Jetzt habe ich ganz viele und ihr wollt keine Fragmende mehr. Aber du gibst mir doch dieses hier, gell? Ja. Haben wir jetzt erhalten. Super. Alles ausverkauft. Nächstes Mal habe ich wieder was da. Ja, nächstes Mal sind die noch mal teurer. Ob der wirklich der Händler meines Vertrauens ist, das überlege ich mir noch mal. Hallo. Wozu glückst du? Nein. Auf zur heiligen Städte. Oh. Schauen wir doch mal gleich da noch rein. Aha. 200 mysteriöse Muscheln und ein Schalter mit einer Flamme. So, schauen wir doch gleich mal, welcher Baum sich noch geöffnet hat. Der hier. Aha, da ist eine große Kiste in der Mitte. Und ein Glücksfragmende. Und ein Glücksfragmende. Sehr schön. Können wir weiter vereinen. Wir haben ganz viele Glücksfragmende gehalten. Können wir eigentlich so viel wie möglich vereinen, wenn die Leute natürlich wollen. Oh, es muss ja schließlich Zustimmung geben, um sich vereinen zu dürfen. Äh, ich meine, die Glücksfragmende tut mir leid. Können wir nicht gerade versprochen. Was gibt's denn hier? Ah, da müssen wir... Da können wir dann gleich hin, wenn wir fertig sind. Äh, meins. Herzteile halten. Ja, wir haben noch ein Herz mehr. Sehr schön. Und hier können wir tauchen. Und schwimmen. Aha. Was können wir da jetzt machen? Die Kruppotraum. Und da. Nein, du kommst jetzt weg. Ups. Das war eigentlich nicht geplant. Naja. Ein Herzchen. Okay. Der Schalter. Die Brügge ist ganz. Jetzt können wir da aber wahrscheinlich nicht mehr schwimmen. Schade. Hochebene von B. Letzt sind wir da. Aha. Oh, da ist auch so ein Ding. Ich will da hin. Das ist jetzt gerade wichtiger. Ups. Ich will das Herz haben. Okay. Da können wir graben, graben, graben. Und wir machen das natürlich auch sofort. Ein Glücksfachmensch. Und fünf Rubine. Gibt's denn noch irgendwo eine mysteriöse Wand? Nein. Schade. Aber Feen. Ganz viele Feen. Und die gehören jetzt alle mir. So, aber da drüben scheinen wir auch noch graben zu können. Da gehen wir doch gleich mal hin. Ah, hier. Genau. Äh, ja. Mal sehen, was uns hier erwartet. Stirb endlich. Ja, okay, doch. Blaues Glücksfragment. Ah, so. Ah, sehr schön. Da gibt's ja eine. Das Glücksfragment haben wir natürlich auch. So, mal sehen, was passiert. Hm, das hat nicht geklappt. Alleine schafft man es nicht. Puh, mal schauen. Ich habe das Gefühl, jemand ruft nach mir. Hm, mein Freund ist dir notwendig. Hey, ich helfe dir. Du bist deine große Hilfe. Lass uns die Mauer gemeinsam einreißen. Wow, wie stark sind die zusammen. Das ist richtig toll. Und weiter geht's. Sehr schön. Nein, oder? Hallo? Was war denn jetzt das gerade? Ah, okay. Keine Ahnung, was das gerade für eine Aktion war, aber es war merkwürdig. So, wir gehen natürlich zuerst zu dem kleinen Dinger, der denkt, wir seien eine Fee. Ja, hallo, Herr Fee, Tinkle hat mich gebeten, auf sich zu warten. Er hat mir auch ein Fragment gegeben. Wollen wir Fragmente vereinen? Du möchtest Fragmente vereinen, ja? Nö, das habe ich nicht. Wie, du willst nicht. Du magst mich wohl nicht. Ich habe nur das Fragment nicht, du Glückscheiße. Ich habe alles außer dieses Mainstream-Fragment. Wollen wir? Das habe ich aber. Schau. So macht man das. Seht ihr? So macht man das. Bis hier passend, vielleicht passiert jetzt was Gutes. Dieses Gewässer war doch komisch, oder? So, Leute, und hier mache ich jetzt einen kleinen Schnitt bei diesem süßen kleinen Männisch. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss! Und wir sehen uns imidentalen Schnitt. Tschüss!